Ich bin ein Ausländer, doch das macht mir nichts aus. Ich wundere mich, warum ihr sagt Ausländer raus. Vielleicht bist du politisch besser, weiß ich nicht. Was sagen eigentlich die Politiker zu euren superpolitischen Texten? Du hast die Macht, Reputation ist zu Gast bei Burkhard Dregger, dem integrationspolitischen Sprecher der CDU. Na, mal gucken, was er sagt. Es ist mein Land, dein Land, sag mir, wie das sein kann. Unser Leben ist für ein Film auf einer Leinwahl. Hallo, Herr Dregger. Hallo. Reputation ist hier zu Gast bei Herrn Dregger. Wir haben hier ein paar Videos mitgebracht. Haben Sie Lust, dich mal anzugucken? Super, gerne. Na gut. Ich freue mich immer gerne. Wie gespannt sind Sie denn auf einer Skala von 1 bis 10? 10 natürlich, weil ich mich immer freue, wenn ich kreative Sachen von jungen Leuten singen kann. Na, dann mal los. Jeder sucht Ausweg oder nach seiner Zuflucht und im Knast hockt der, der mit Gras tägt und draußen läuft einer rum, der Kinder in den Arsch weckt. Was soll der ganze Scheiß, macht mal eure Augen auf. Ihr seid doch mit und dumm, unverstand, das gilt euch auch. Ihr behandelt uns hier wie den letzten Dreck. Wir wollten auch sein wie ihr, wollten, dass ihr uns geschätzt. Egal, wo wir sind, wir fühlen uns dort fremd. Wir wollten nur ein bisschen Anerkennung. Ich finde es vom Rhythmus natürlich super, sondern natürlich auch vom Inhalt. Und wenn ich das spontan sagen darf, ist die Botschaft ist ja, wir fühlen uns nicht als Teil dieser Gesellschaft, weil wir nicht in unserer Andersartigkeit akzeptiert werden. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr verbreitet ist an Gefühlen. Und das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen müssen. Es muss auch den andersartigen Menschen klar werden, dass das ihr Land ist und dass sie hier willkommen sind. Wir sind anders als ihr, wir sind anders. Auf der Straße, Bruder, ist es ganz hart. Wir wollten nie so sein, wir hatten keine Wahl. Doch wir bleiben so bis zum letzten Tag. Keine blonden Haare, sondern schwarz. Keine blauen Augen, sondern grauen. Kein Gimmi, sondern haupt. Welche Geschichte erzählen diese Sätze? Also erst mal, ich finde braune Augen ausnahmlich schön. Und klar, die haben das Gefühl, dass sie aufgrund ihres Äußeren nicht akzeptiert werden. Und das müssen wir überwinden. Das kann überhaupt nicht sein, so etwas. Das ist völlig inakzeptabel. Multikulti ist gescheitert, was ein Satz von Buschkowski ist. Sie sagen, damit stimmen Sie überein. Das ist ein Satz von mir und nicht von Buschkowski. Aber das ist unwichtig in der OE-Hilberschaft. Was gemeinen Sie damit? Multikulti ist nicht, dass es Menschen verschiedener Herkünfte, sozialer Herkünfte gibt. Sondern Multikulti ist der politische Anspruch, dass jeder bleibt, was er ist. Das heißt, sich nicht zusammen aufeinander zubewegt zu einer gemeinsamen Gesellschaft. Sondern, dass arabischstämmige Menschen arabischstämmig allein bleiben. Und türkischstämmige türkisch. Und die Deutschen halt deutsch und anderen auch. Und wichtig ist doch, dass wir uns aufeinander zubewegen. Dass wir ein Teil derselben Gesellschaft werden. Und das setzt voraus, dass wir anpassungsfähig sind und dass wir auch die Anpassungen vornehmen. Und Multikulti sagt, nein, keine Anpassung. Jeder bleibt, was er ist. Und das lehne ich ab. Den letzten Dreck behandeln, da mag es Einzelfälle geben. Das kann man aber nicht pauschaliert behaupten, dass eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte Menschen mit einem bestimmten Hintergrund pauschal wieder der letzte Dreck behandelt wird. In Deutschland kann davon keine Rede sein. Wie erklären Sie sich dann diese Aussagen? Na gut, also in der Politik ist es auch so, dass man manchmal ein bisschen überzeichnet, damit man seine Botschaft versendet. Und das tut man bei der Kunst und bei der Musik genauso. Völlig legitim. Wenn jemand seit 24 Jahren in Deutschland lebt und immer nur noch geduldet wird, wie kann man von so einem Menschen Integration erwarten? Der fühlt sich doch klar ausgegrenzt, oder? Also das ist ein berechtigtes Anliegen der Tat. Was ist mit den Menschen, die illegal eingereist sind, häufig auch unter Verschleierung ihrer Identität? Die vernichten beispielsweise ihre Passdokumente, damit wir nicht herausfinden können, aus welchen Staaten sie kommen, damit wir nicht in der Lage sind, sie zurückzuführen. Es gibt also Menschen, keine Einzelfälle, die unter Verschleierung ihrer Identität hier einreisen, in der Hoffnung, hierbleiben zu können. Und da wir ihre Identität nicht kennen können, können wir sie auch nicht zu quasi. Die haben einen Duldungsstatus. Und ich persönlich bin der Auffassung, wir müssen Regelungen finden, dass wenn diese Menschen wirklich Integrationsleistungen erbringen, ich fordere, dass die Menschen sich anstrengen, dass sie etwas leisten und dass sie bereit sind, ihre Talente auch zu entwickeln. Sie müssen sich mal vorstellen, wir leben in einem der schönsten Länder mit den meisten Chancen für junge Menschen. Und das setzt auch voraus, dass man die Chancen annimmt, dass man sich nicht in seine Schmollecke zurückzieht und immer nur sagt, ach, ich werde sowieso nicht angenommen, dann kann ich auch auf Hartz IV gehen oder mich verabschieden. Das ist keine Alternative. Sondern ich erwarte von jedem jungen Menschen, dass er etwas leistet, dass er sich anstrengt, dass er es anstrebt, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, damit er sich und seine Familie unterhalten kann und sich nicht in die Netze der sozialen Gesellschaft begibt. Mal eine bisschen andere Frage. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären ein Jugendlicher, 15 Jahre alt, mit Migrationshintergrund. Sie leben in Neukölln. Wie würden Sie sich integrieren? Was würden Sie machen? Ich habe dann hoffentlich Eltern oder Onkels, die mich auch an die Ohren nehmen und mir den Marsch blasen. So, jetzt Merto, dein Land, mein Land. Mal gucken, wie wir es finden. Sorry, tut mir leid, ich musste irgendwie das raus sagen, denn meine Pien, die ich machen wollte, sind fehlgeschlagen. Ach was, bei euch ist doch alles nur bunter, doch eins sage ich dir, mein Viertel geht mir unter. Es ist mein Land, dein Land, sag mir, wie das sein kann. Unser Leben ist wie ein Film auf einer Leinwand. Nein, Mann, nein, Mann, sag mir, wie das sein kann. Die Verzweiflung in diesem Block ist nur einsam. Es ist mein Land. Was ist denn mein Land? Und ist es meins oder ist es deins? Ich würde mich freuen, wenn er in zwei Jahren sagen könnte, es ist unser Land. Sie haben auch in einem Interview gesagt, wir wollen, dass alle integrationswilligen Zuwanderer treu deutsche Staatsbürger werden. Was macht denn einen treuen deutschen Staatsbürger aus? Ja, das ist ein Mensch, der die Werte dieses Landes teilt. Das sind die Werte der Demokratie, das heißt der Freiheitsrechte, der Gleichheitsrechte, der Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Anerkennung, dass die Mehrheit regiert und die Minderheit geschützt wird, die demokratische Ordnung, auch das, wie wir miteinander umgehen, das ist etwas, was einen treuen deutschen Staatsbürger ausmacht. Wer ist denn... Deutschland schafft sich ab? Sarrazin macht sich Sorgen um die kulturelle Identität von Deutschland und den Volkscharakter. Kennen Sie diese Sorge? Nein, ich glaube, Sarrazin hat einen großen Beitrag geleistet, dass Deutschland sich abschafft. Er selbst. Warum? Er hat dafür gesorgt, dass all die vielen, die weit überwiegende Mehrheit der Zuwanderer, die bereits voll integriert sind, die etwas leisten, die sich zu unserem Land bekennen, dass die durch seine pauschale Verunglimpfung sich vor den Kopf gestoßen fühlen und sich deswegen von unserem Land wieder entfremden, weil sie nicht voll angenommen werden. Und diese Videos von den jungen Menschen zeigen genau das. Und sie haben beide, Sarrazin zitiert, beide Videos, sie haben das Gefühl gehabt, der verurteilt uns aufgrund unserer Religionszugehörigkeit, pauschal, wir haben gar keine Chance in diesem Land. Und damit hat Herr Sarrazin in unserem Land einen Bärendienst erwiesen. Er hat dafür gesorgt, dass diese Menschen sich abgestoßen fühlen. Und was wollen wir mit einem Land, in dem eine zu wachsende Bevölkerungszahl sich abgewiesen fühlen. Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Das wollen wir auch gar nicht und deswegen ist es nicht mein Satz. Manche sagen, er hat eigentlich etwas ausgesprochen, was vielen auf der Zunge liegt. Ja, ich kann Ihnen das bestätigen. Auch in meinem Wahlkreis, in dem es auch viele tolle Zuwanderer gibt, gibt es auch ganz viele Menschen, die parallel zu den Zuwanderern leben und damit nichts zu tun haben wollen, die sehr skeptisch sind gegenüber Zuwanderern. Die projizieren immer einzelne negative Erfahrungen, die sie gehabt haben. Pöbeleien, U-Bahnen oder, sagen wir mal, aufregende Presseberichte über Sozialhilfe Missbrauch projizieren sie auf alle. Und das ist das Schädliche. Wo treffen Sie auf Jugendliche? Suchen Sie den Kontakt? Oder ich meine, hier in Charlottenburg? Mein Wahlkreis ist Reinickendorf-Ost. Das grenzt direkt an Weddingen. Wir haben dort ein Quartiersmanagement, wir haben eine Moscheegemeinde, wir haben einen hohen Zuwandereranteil mit sehr vielen jungen Menschen und die treffe ich in meinem Wahlkreis, weil ich dort ständig präsent bin bei den verschiedensten Vereinen, Veranstaltungen und ich freue mich immer, wenn die sich an mich wenden und ich jemandem helfen kann. Das tue ich auch regelmäßig. Sie wohnen aber nicht in Reinickendorf, oder? Nein. Zählen darf. Hören Sie eigentlich Rap? Also ich habe keine CD oder iPod mit Rap, aber meine Kinder, wobei das älteste Kind erst zwölf ist, aber die hören schon Rap und ich höre dann immer gerne mit, aber ich höre es auch mal im Autoradio, wenn gerade was läuft, sehr gerne. Und das, was ich hier gehört habe, hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das veröffentlicht wird, wenn so eine CD käuflich zu erwerben wäre, würde ich das sehr gerne tun. Wir halten Sie auf dem Laufenden, Herr Dregger. Vielen Dank. Wir sind ja Jungs und Mädels. Ich finde es super klasse, was ihr leistet. Lasst euch nicht entmutigen. Ihr seid willkommen in diesem Land und habt ein bisschen Geduld mit uns. Dann schaffen wir es auch, zusammenzuwachsen.